Ich hab dir doch gesagt, du sollst Urlaub nehmen. Wie geht Urlaub denn? Ganz einfach, Urlaub ist, wenn du nicht zur Arbeit erscheinst. Oh, nicht zur Arbeit? Was mach ich denn den ganzen Tag? Keine Ahnung, geh einfach los und hab Spaß oder so. Ist mir eigentlich auch egal, du darfst nur nicht hier sein. Okay. Ein Stapel brauner Hosen und mein Qualmfischer nett. Gerne Schneckenfutterdosen und ich lauf und ich hähähähähähähäh. Die Creme für die Poren, dass keiner die Löcher sieht. Ein Papaga gefroren für den kleinen Appetit. So muss alles rein in die kleine Tasche. So, das kann nicht sein. Wir fahren in den Urlaub. Ja, ihr hört richtig Urlaub. Heute geh ich nicht zur Arbeit, denn Mr. Crack sagt, das muss sein. Wir fahren in den Urlaub, weil ich an die Kultur glaub. Wenn ich nur immer da bleib, fällt mir da nichts Neues rein. Ja, wir kommen hier verreisen. Ja, das gibt die Augenkreisen. Ja, das gibt die Bilder sich drehen. Ja, es gibt hier so viel zu sehen. Wir fahren in den Urlaub. Ja, ihr hört richtig Urlaub. Heute geh ich nicht zur Arbeit, denn Mr. Crack sagt, das muss sein. Ich und Curry im Urlaub. Na, will Mr. Crack sagt, ich und Curry im Urlaub. Was für eine elegante Frische, spürt man gleich in der Stadt. Hier sind so coole Fische, hier läuft alles so glatt. Ist gar nicht viel zu Hause, ist alles so nett und neu. Hat der Alter mal Pause, dann wird der Blick endlich fein. So ist das nicht schön, ich mach erst mal Fotos. So, genug gesehen, wir wollen los. Wir fahren in den Urlaub. Ja, ihr hört richtig Urlaub. Heute geh ich nicht zur Arbeit, denn Mr. Crack sagt, das muss sein. Ja, wir kommen hier verreisen. Ja, lass die Stilaugen kreisen. Ja, lass die Bilder sich drehen. Ja, es gibt hier so viel zu sehen. Wir fahren in den Urlaub, weil ich an die Kultur glaub. Wenn ich nur immer da bleib, fällt mir gar nichts Neues ein. Ich und Curry im Urlaub. Doch irgendwie, doch irgendwie, kenn ich da das blaue Haus. Und irgendwie, und irgendwie, guckt da Taddeus raus. Tja, irgendwie, tja, irgendwie, kenn ich mich hier sehr gut aus. Und irgendwie ist es hier wie zu Haus. Wir sind gar nicht woanders, yeah. Und ich frag mich seit wann das, yeah. Hier zu Haus so korallisch, yeah. Ob das überall so ist. Das liegt nur am Urlaub. Ja, ihr hört richtig Urlaub. Heute geh ich nicht zur Arbeit. Denn Mr. Crack sagt, das muss sein. Ja, wir kommen hier verreisen. Ja, lass die Stilaugen kreisen. Ja, das liegt mehr, als sie drehen. Ja, es gibt hier so viel zu sehen. Ich und Curry im Urlaub. Ich und Curry im Urlaub.